Und wie heißt der Besenmacher-Opiotreinig? War das der Bessemsmesche, der Bessemsbünge oder der Bessemsknuwe? Klar, das Reisig wird auf den Besenstiel gebunden, also machen das die Bessemsbünge. Bessemsbünge ist ein Besenbinder, früher aus Reisig eben, ein Besen gemacht, war die übliche Art zu kehren. Ja, Bessemskräume, so hieß es sich, die Ippendorfer, die hatten ja früher, oben das Land, das war nicht sehr fruchtbar. Und dann mochte die im Winter, mochte die auf den Fenusbärchen, da haben sie sich reisig geschnitten und hat dann Bessem gebunden und hat ja verkauft, was sie sich zu fressen hatte.